Liebe Freunde, kurze Informationen in eigener Sache. Erstmal vorweg, ich streame ab jetzt und zwar Boku no Hero, also My Hero Wants Justice für die Playstation 4. Und danach gibt es was richtig cooles, Mario Party 5 mit Musician, Let's Play Marcus und Drakel. Das Ganze ab 21 Uhr, also einschalten lohnt sich heute. So, das eben ganz kurz vorweg. Dann wollte ich ganz kurz noch was zum Thema Videos sagen. Denn es kamen in den letzten Tagen keine Videos. Bleib ganz einfach daran, ich hatte ein bisschen was zu tun. Besuch war da und dies und das und jenes. Und ja, aber ich freue mich, dass das dann ab morgen ganz normal weitergehen kann. Ja, das ist es im Grunde schon. Ja, hi. Ich habe mir nur gedacht, komm, dann machst du das Streaming-is-on-Video ein bisschen länger. Weißt du, ne? Du weißt Bescheid. Okay, bis gleich.